Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Leute und das wird das letzte Video hier auf diesem Kanal und zwar Leute, ich auf diesem Kanal habe ich nämlich einen Strike bekommen schon vor längerem, ich glaube da ist ein Lied von XXXTentacion beim Livestream im Hintergrund gespielt das war leider, ähm, ja wie soll ich sagen es war Copyright und darum habe ich einen Strike bekommen und da ich ja jetzt eine Playstation habe, wollte ich eigentlich mal ein bisschen Stream mit euch, aber es geht ja nicht auf diesem Kanal darum habe ich jetzt einen neuen Kanal eröffnet und den verlinke ich euch unten in der Beschreibung, Leute, bitte folgt also bitte abonniert diesen Kanal, wenn ihr, ähm also das wird dann zu meinem Hauptkanal, also wenn ihr Livestreams sehen wollt, wenn ihr neue Videos sehen wollt da wird jede Woche ein paar Livestreams und ein paar Videos vielleicht kommen ich kann es nicht versichern, weil ich habe jetzt sehr viele Tage, also ich habe noch ein paar Tage also in den nächsten paar Tagen habe ich Schularbeiten und so das heißt man muss ein bisschen mehr lernen also Leute, ich würde sagen folgt dem Kanal, also abonniert den Kanal unten in der Beschreibung das war es mit dem Video bis zum nächsten Mal auf meinem neuen Kanal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.